Der Hauptbahnhof Gelsenkirchen ist ein Fernbahnhof der Deutschen Bahn. Die Strecken aus Oberhausen und Essen verlaufen ab hier gemeinsam bis Wanne-Eickel-Hauptbahnhof und verzweigen sich dort nach Münster oder in Richtung Dortmund. Der Gelsenkirchener Hauptbahnhof ist an zehn Bahnstrecken angebunden, davon sechs mit Personenverkehr. Im Betriebsstellenverzeichnis hat er das Kürzel EG. Mehr als 35.000 Menschen halten sich täglich im Hauptbahnhof der Stadt Gelsenkirchen auf gut die Hälfte davon sind Fahrgäste der Deutschen Bahn. Der Fahrplan umfasst 402 Personenzüge fast aller Gattungen bis hin zum Intercity. Die Bahnsteige sind auf der westlichen Hälfte des Bahnhofs überdacht. Die Gleise 4 Fünftel und 6 Siebtel verfügen zudem über Fahrtreppen und seit dem Frühjahr 2006 sind sämtliche Bahnsteige mit Aufzügen erreichbar. Die Station ist barrierefrei. Zwischen Mai 2005 und Juni 2006 wurde der Bahnhof komplett neu gestaltet und erhielt so ein neues Aussehen. Der Bahnhof wird mit mehreren Kameras Video überwacht. Außerdem ist er Station auf der deutschen Fußballroute NRW. Geschichte Von 1847 bis 2005 der Bahnhof Gelsenkirchen wurde 1847 zusammen mit der Köln-Main-Däner Eisenbahn eröffnet. Der Hauptbahnhof wurde seither zweimal grundlegend neu gebaut. Das erste Mal geschah dies 1904, weil die Kapazitäten des alten Bahnhofes nicht mehr ausreichten. Er ist seitdem ein Hauptbahnhof. Im Zuge dieser Baumaßnahme wurden die bis dato eben näher dicht liegenden Gleise angehoben. Damit der zunehmende Straßenverkehr von Gelsenkirchen nach Bochum ungehindert den Hauptbahnhof passieren konnte. Der zweite Neubau wurde von 1982 bis 1983 durchgeführt. Dieser zweite Neubau war und ist auch heute noch immer stark umstritten. Ein beim Abriss des Bahnhofsgebäudes von 1904 sichergestelltes Bauteil sowie eine Darstellung seines Umrisses wurde allerdings am Südhausgang eingebaut. Das Fenster mit Gelsenkirchener Wirtschaftszweigen fand an der Fassade eines Geschäftshauses am Ende der Fußgängerzone Bahnhofstraße Verwendung. Während des zweiten Neubaus wurde auch das Bahnhofcenter errichtet, welches heute einheitliche Öffnungszeiten bietet. In Vorbereitung auf die FIFA WM 2006 wurde der Hauptbahnhof umgebaut. Der Bahnhof selbst hat ein vollkommen neues Gesicht erhalten. In den Umbau des Hauptbahnhofes wurden etwa 15 Millionen Euro investiert. Dazu wurden unter anderem folgende Baumaßnahmen durchgeführt. Sanierung der Bahnsteige Erweiterung des Bahnsteigs 1 für eine Klimaanlage Neue Ladenlokale für Einzelhandel und Gastronomie Umbau des U-Bahnhofes absenken der noch nicht angepassten Abschnitte der Bahnsteige, um den Stadionverkehr mit einer Doppeltraktion durchführen zu können. Seit Mitte Mai 2006 ist der Umbau des Hauptbahnhofs großenteils fertiggestellt. Die offizielle Eröffnung fand am 8. Juni 2006 statt. Punkt, 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 Bedienung Fernverkehr im Fahrplanjahr 2012-2013 des Schienenpersonenfernverkehrs ist der Hauptbahnhof Gelsenkirchen System halt einer Intercity-Linie der Deutschen Bahn. Außerdem hält seit Juli 2012 wird der Hamburg-Köln-Express in Gelsenkirchen, der zwar die Jure zum Regionalverkehr gehört, bei den Reisenden aber durchaus als Zug des Fernverkehrs wahrgenommen wird. Darüber hinaus wird der Bahnhof von einzelnen Zügen anderer Intercity-Linien sowie von Verstärkungszügen im Wochenendverkehr angefahren. Nahverkehr Die folgenden Linien des Schienenpersonennahverkehrs halten am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Die Linien R2 und RB42 bilden zusammen einen annähernden Halbstundentakt auf der Strecke Münster-Essen. Insgesamt halten in Gelsenkirchen täglich knapp 350 Züge des Nah- und Fernverkehrs. Bus- und Straßenbahn weiterhin halten folgende Straßenbahn- und Buslinien am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Straßenbahnlinien 107, 301 und 302 in der Stadtbahnstation unter dem Hauptbahnhof. Buslinien SB 29, SB 36, 155, 194, 348, 380, 381, 382, 383, 385, 389, Nachtbusse ne 10, ne 11, ne 12, ne 13 und ne 14 auf dem Busbahnhof. Verwaltung und Management Der Hauptbahnhof Gelsenkirchen sowie etwa ein Dutzend weiterer Bahnhöfe in der Region, darunter auch in Nachbarstädten wie Herne, Gladbeck und Kastrop-Rauxel ist dem Bahnhofsmanagement Essen unterstellt. Siehe auch Nahverkehr in Gelsenkirchen Der Hauptbahnhof 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 Gelsenkirchen